Englisch ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, Englisch oder was? Tonen ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, Tonen oder was? Einmal in der Woche, Kunst und Musik. Zweimal in der Woche, Geschichte und Deutsch. Dreimal in der Woche, Mathe, Englisch, aber. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und. Sieg mal in der Woche, zu viele Hauptaufgaben. Mathe ist ihr Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, Mathe oder was? Was ist dein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, sag mir was? Einmal in der Woche, Kunst und Musik. Zwei Mal in der Woche, Geschichte und Deutsch. Dreimal in der Woche, Mathe, Englisch, aber. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und. Sieg mal in der Woche, zu viele Hauptaufgaben.